Es geht um das muntere Ground-Hopping im Europapokal, die Flugposse des FC Bayern und eine viel diskutierte Impfbevorzugung für Profifußballer. Mein Name ist Alexander Augustin und ich rufe Karl-Heinz Kahrs. Servus Karl-Heinz. Alexander, grüße dich. Der Europapokal geht langsam weiter, jetzt gibt es aber da einige Verwerfungen. Es gibt kaum eine Partie, die auf dem Boden ausgetragen wird, auf dem sie eigentlich ausgetragen werden sollte. Corona macht es möglich. Jetzt reisen viele Mannschaften in anderweitige Länder, wo die Einreisebestimmungen nicht so streng sind. Was hältst du davon? Ja, der Show must go on. Also die Entscheidung ist gegen jede Vernunft. Ich bin ja Fußballreporter, aber ich bin auch Fußballfan und ich verdiene mit Fußball auch so zum Teil mein Geld. Aber in der jetzigen weltweiten Pandemiephase habe ich dafür null Verständnis. Wenn schon Champions League und Europa League fertig spielen wollen oder sollen, dann bitte eine Blase an einem Ort oder in einer Region, wie es im letzten Jahr war, Achtel-Viertel-Halbfinale als K.O.-Spiele, nicht mit Hin und Rück, aber nicht quer durch Europa reisen, bei aller Liebe zum Fußballsport. Es ist nicht vertretbar, wenn englische Vereine nach Budapest reisen, dort gegen deutsche Teams spielen oder in der Europa League. Benfica Arsenal in Rom, Real Sociedad, Manchester United in Turin, Hoffenheim gegen Molde in Spanien. Das ist alles crazy, das ist verantwortungslos, das ist für mich sogar hirnrissig. Also so hat Fußball keine Vorbildfunktion. Die fehlende Vorbildfunktion hat sich auch Karl-Heinz Rummenigge in den letzten Tagen vorwerfen lassen müssen. Die Bayern sind nach Katar geflogen zur Klub-WM, allerdings mit einiger Verspätung. Sie mussten eine Nacht am Flughafen in Berlin verbringen und Karl-Heinz Rummenigge hat fürchterlich gepoltert, hat von einem riesigen Skandal gesprochen und die Verantwortlichen wüssten doch gar nicht, was sie den Spielern antun würden. Hat sich der FC Bayern da ein Eigentor geschossen? Ja, und Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat noch nachgelegt, er sprach von einem Skandal ohne Ende. Skandalös sind die Äußerungen der Bayern, bitteschön. Es hat auch einen Shitstorm gegeben in den sozialen Netzwerken. Leserbriefe habe ich gesehen in der Passau-Neuen-Presse und im Donaukurier. Also Rummenigge und Hoeneß brauchen sich nicht zu wundern. Vergessen wir nicht, Profifußballer sind absolut Privilegierte in dieser Pandemie-Phase, die großes Leid über Bürger in Deutschland gebracht hat. Die dürfen spielen, die bekommen ihr Geld und die Vereine kassieren die Fernsehgelder. Und dann sollen noch Ausnahmen gemacht werden. Also Nachtflugverbot gilt halt für alle. Null Uhr steht hier und der FC Bayern, dem geht es nicht so schlecht. Die Spieler waren in First Class gesessen. Da sitzen sie besser als wir andere in irgendwelchen Wohnzimmern. Also viele Fans sprechen hier von einem Eigentor. Ein solches haben Rummenigge und Hoeneß geschossen, keine Frage. Und ich hätte eigentlich eine aufrichtige Entschuldigung erwartet, aber es ist nichts gekommen. Statt einer Entschuldigung gab es eine andere, viel diskutierte Aussage von Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, dass Fußballer oder Fußballprofis im Speziellen vielleicht sogar beim Impfen vorausgehen könnten, da eine Art Vorbildfunktion einnehmen könnten für die etwas skeptische Bevölkerung. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ja, auch da habe ich eine ganz klare Meinung. Profifußballer sind ja ohnehin schon privilegiert genug, habe ich gesagt, weil sie eben spielen dürfen. Da braucht sich keiner hinstellen und sagen, dass er geimpft werden möchte. Auch die Herren Lewandowski, Haaland, Sabitzer, Kostic oder wie sie alle heißen, sie müssen halt warten wie wir alle. Okay, ja, und es wird ein bisschen dauern, denn der Versorgungsengpass ist ja da beim Impfstoff. Aber hier bitte keine Extrawürste braten, sonst verliert der Fußball noch vollends die Glaubwürdigkeit. Wie erklärt man denn so etwas dann den Lehrern, den Erziehern oder Betreuern? Nein, es geht einfach nicht. Fußballprofis sind dann dran, wenn es die Politik bestimmt. Zur Tür, zurück, Alexander. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de-Podcast.